so meine lieben ich habe die stelle gefunden ich muss jetzt schon lachen so die aufgabe ist es bei diesem schreien hier die blumen nicht zu berühren nicht aber die gute dame hier okoba wird jetzt gleich jeden moment etwas ausrasten du darfst den blumen nichts tun das tut ihnen doch weh wie tollpatschig aber auch von mir ok versuch uns noch mal ach wie ärgerlich hey wie oft muss ich es dir noch sagen vorsicht mit den blumen das sind auch lebewesen weißt du wird schon ein bisschen ungehalten ok wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben wir gehen jetzt mal hier rum oh ne da können wir nicht rum so und ach wie blöd aha so oft ich habe es dir schon so oft gesagt warum kapierst du es einfach nicht was habt ihr das ausprobiert ich arbeite tag um tag um diese blumen zu pflegen und du trittst sie wieder mit füßen oh gott ich dachte echt die verwandelt sich ne spüre die rache der blumen voll auf uns los gegangen ey so cool das habe ich so sechs jahre habe ich es nicht gemacht sechs jahre habe ich das nicht einmal ausprobiert wie kann man wie kann man das einfach ignorieren also keine ahnung ich hatte irgendwie bock das den einen tag auszuprobieren ich dachte so komm es bringt mich momentan auch so viele Menschen zur Weißglut wo ich mir denke so wieso und deswegen dachte ich komm jetzt bist du auch mal dran wir nehmen wir hier noch ein paar Röstäpfel und gehen dann jetzt aber hier einmal normal durch also ab in die Kommentare habt ihr das gewusst oder habt ihr es nicht gewusst also ich fand es schon sehr lustig die Dame so zum Ausrasten zu bringen und sie hat sich ja hier wirklich Mühe gegeben das muss man ja schon sagen der will oh tja passiert doch schon mal unbeabsichtigt tatsächlich wieso ist mir das am Anfang nie passiert und jetzt ständig ich mache es gerade wirklich nicht mit Absicht ich glaube ich wollte gerade sagen ich stecke mein Schwert glaube ich einfach wieder ein und laufe hier nur durch und versuche auch überhaupt keinen anzugreifen hier laufen wir jetzt auch einfach dran vorbei hier laufen wir jetzt auch einfach dran vorbei in der Hoffnung wie soll man das denn machen wie soll man das denn machen denn normalerweise müssten wir doch jetzt auch direkt die Belohnung bekommen also zum Schreien direkt durchgehen können ohne Aufgabe oder das müsste doch auch so ein Schreien sein ne ist es nicht folge dem Strom boom oh ok und wenn man keinen Bock hat zu warten oh wie macht man das dann oh Gott ich jetzt trinke doch nicht haben wir irgendwo auch hier noch eine Kiste oder so ne haben wir nicht uh sooo ach Mist achso wir müssen jetzt hier einmal die komplette Runde machen oder was oh oh kacke das könnte schon tödlich sein so ok machen wir nochmal hier machen wir nochmal hier so so Eispfeile ja wer hätt's gedacht ok weiß nicht ob das schon ob das schon ausreicht da das reicht schon aus so ok ja das ging einfach das war ok ja das ging einfach das war ok bedeutet aber jetzt ich habe euch jetzt den Schreien gezeigt das zeigt wir würden jetzt noch einmal kurz nach Atheno reisen um noch eine Nebenaufgabe zu erledigen Zeichen der Bewährung sehr schön und dann ja machen wir uns schon auf zum ersten Titan würde ich sagen ich will jetzt hier nicht lange rumtrucksen ne ich habe ja nicht mehr so viel Zeit ähm wird schon äh noch heftig deswegen deswegen müssen wir uns ein bisschen ein bisschen beeilen 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 finde ich ist immer das falsche Wort die Grundstory müssten wir schon durcharbeiten ok ähm Atheno 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 ab nach Atheno so so da sind wir weil hier gibt es noch ein ähm eine schöne Aufgabe denn wir können ja in Breath of the Wild hier unser eigenes Haus quasi erschaffen und das ist auch so eine Sache wo ich sehr gespannt drauf bin ähm wisst ihr welchen Zeitsprung Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hat ich bin jetzt grad so ein bisschen ein bisschen überfragt tatsächlich in inwieweit wieviel später Tears of the Kingdom spielt weil dann wäre es wirklich sehr interessant was hier aus den aus den Dörfern geworden ist dass zwischendurch wieder irgendwas aufgebaut worden ist ähm und all solche Sachen so ja wir hätten uns doch einfach zu dem Schreien teleportieren können hätte man machen können ist mir aber zu einfach ok ba 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 so wo ist denn hier der Bauleiter da 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 warm haa Hallöchen kann ich dir weiterhelfen? ich bin grade dabei dieses verlassene Haus abzureißen man findet in Zeiten wie diesen nur schwer Käufer also haben die Dorfbewohner entschieden es abzureißen ich kaufe es mh okay Dieses Haus, da wohnt schon seit Jahren niemand mehr drin. Also haben sich die Dorfbewohner zusammengesetzt und beschlossen, dass es abgerissen wird. 50.000 Rubine? Ja, ich kann zahlen, aber nicht sofort. Also gut, also gut. Pass auf, ein Sonderangebot nur für dich. 3.000 Rubine, aber zuerst bringst du mir 30 Holzbündel. Irgendwie muss ich meine Kosten ja wieder reinholen. Okay, ich weiß grad gar nicht, wie viel, äh, ups, wie viel ich eigentlich von den Holzbündeln schon gesammelt habe. Ah, 28. Ja, komm, dann sammeln wir die zwei jetzt grad noch ein, das geht ja schnell. Das geht ja wirklich bedeutend schnell. So. Oh, wuppa. Ist noch ein, ah nein. Aber wir müssen mal dringend Maronus irgendwie ansteuern. Ein Fuchs, den können wir streicheln. So. Nein. Das habe ich Raffi versprochen. Hier werden keine Füchse getötet. So, das mache ich aber jetzt mit den Bomben. Ich möchte nicht, dass meine Waffen wieder alle flöten gehen. Oh. Ja, meine Waffen gehen nicht flöten, aber ich selbst. Das ist natürlich drin. Das ist natürlich drin. Yo, heftig. Wieso kamen da jetzt zum Teufel drei Holzbündel raus, bitte. Manchmal, manchmal hat man einfach Glück, ne? Also, bis jetzt war es bei jedem Spielverlauf so, oder bei jedem Spieldurchgang viel mehr, ähm, dass ich wirklich dann 30 Bäume kaputt machen musste. Also, eigentlich lange Zeit keine 30 Holzbündel auf einmal bekommen. So. Let's go. Dann lasst uns jetzt gerade eben die Holzbündel wegbringen. Und dann, mhm, geht's ab Richtung Wüste. Ich glaube, ich habe mich für die Wüste entschieden, ja. Hallöchen. Hast du die 30 Holzbündel? Ja. Sehr gut. Dann nehme ich es dir mal ab. Für 3000 Robine. Okay. Challenge angenommen, den Hammer nehme ich aber mit. Hm. Jetzt ist meine Waffentasche voll. Mit Schrott. Okay, der Zweihänder geht jetzt gleich eh auch kaputt. Dann nehmen wir den Eisenhammer noch mit. So. Lasst uns jetzt gerade gucken. Die vier Titanen, beziehungsweise könnten wir auch, wir könnten auch erst das erste Erinnerungsfoto zusammen sammeln. Das ist sogar hier eins relativ, ähm, ähm, bab babababab, ähm, babibibibib. Meine ich doch, das wäre... Ist das nicht hier gewesen? Morgosee? Oder war es auf der Seite? Ich meine, es wäre hier gewesen. Aber weiter hinten. Bin mir aber jetzt auch nicht sicher. So, die Wüste. Wir gucken mal. Die Wüste, die Wüste, die Wüste. Die Wüste war... Oder ist... Hier unten. Das heißt, wir würden jetzt von hier vielleicht anfangen zu reisen. Mit dem Vashiriako-Schrein. Wobei ich eher hier anfangen würde. Dann können wir wenigstens mit dem Pferd weiter reiten. Macht glaube ich sogar mehr Sinn. Vagokata-Schrein. Zur Stahlbrücke. Und dann machen wir uns auch zum ersten Titanen. Zum... Ja... Was war es denn nochmal? Wamedo... ...war der Fliegende. War Ruter... ...war der Elefant. War... 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 Ich weiß es nicht mehr. Oh! War... War... War Naboris. Das war der in der Wüste. Und... Ich weiß den vierten jetzt gerade nicht mehr. War Medo... War Ruter... War Naboris... ...und war... ...Rudania. Genau. Pui... Ich wusste es noch. Okay. Pferd abholen. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Oh... 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 So... Super. Wir können los. Äh... In... Welche Richtung war es gleich? Ja. Okay. Stimmt alles. Okay. Unsere Reise kann beginnen. So, und ich bin jetzt direkt mal dabei, auch gleichzeitig die, ähm... Die Türme natürlich dann noch aufzudecken. Und die Karten. Ich liebe ja den Soundtrack rund um Breath of the Wild. Und ich denke, dass wir auch einen wunderschönen Soundtrack bekommen werden zu Tears of the Kingdom. Ich mag das sehr mit dem, mit dem Klavier. Manchmal ist weniger halt auch einfach mehr. Also dieses Klavier hat wirklich eine richtig gute Stimmung. Und da ist schon der erste Turm. Den wir mitnehmen können. Gehen wir direkt mal in hier die Richtung. Ich weiß, es ist jetzt nicht die Richtung, die wir gehen müssen, glaube ich. Sogar. Aber ist nicht schlimm. Ich halte direkt jetzt so ein bisschen Ausschau, ob wir noch weitere Aufgaben irgendwie zwischenzeitlich erledigen können. Dapp, 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 dapp. Wir können doch einfach mal die Aussicht genießen. Ich bin so gespannt, wie es in Tears of the Kingdom aussehen wird. Ich hoffe wirklich auf eine düstere Welt, auf coole Dungeons, auf tolle fliegende Inseln einfach. Und eine bahnbrechende Geschichte. Das wäre wirklich so mein Traum von dem. Aber ich hoffe, wie gesagt, sehr, sehr finster. Habt ihr den Wächter gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Ich würde sagen, hier halten wir mal kurz. Dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch so ein bisschen Garnitionsruine, ob wir hier vielleicht noch ein paar nützliche Sachen finden können. Bevor wir eben Richtung ersten Titanen gehen. Es wäre eigentlich auch Sinn, ich Maronus nochmal aufzusuchen. Wo ist denn der? Für den Wächter fühle ich mich ehrlich gesagt noch nicht bereit. Wir sind dafür noch zu schlecht ausgerüstet. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viel Haufen haben wir denn? Acht. Oh, nicht die Welt. Ei, komm. Ich finde das ja immer böse, wenn man diesen Sound davon hört. Mach jetzt bloß kein Laut. Wir haben jetzt, oh, beide Seiten, einen Wächter. Vielleicht sieht er uns nicht. Und das war's. Oh Gott, scheiß mir gleich in die Hose. Wobei das ja noch geht, ne? Also, ich hab mehr... Ja, ich würde halt... Was ist denn jetzt los? Von wo kommt das andere? Ach da. Ach du Schande. Puh. Das muss jetzt hier so sein. Höh. Holla, die Waldfee. Höh. Höh. Okay. Hui. Äh, haben wir noch ne, ähm, ne andere Waffe? Oh, ich hab nur Schrott dabei. Nein. Puh. Also, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir jetzt hier so früh schon auf den Wächter stoßen, ne? Komm. Er sieht uns nicht. Ähm. Ja. Äh. Ähm. Okay. Äh. Ich bin hier grad ein bisschen in der Klemme. Kann mir bitte jemand helfen? Ich brauche... Oh. Wow. Okay. Wow. Oh, wow, wow, wow. Äh. 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 Hm. Ja, was machen wir denn jetzt? Also, ich hab ja noch Feen auf jeden Fall. Ich habe noch Feen. Alter. Alter, wir stehen hier mittendrin. Wir stehen hier mittendrin. Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz dringend weg. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, 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 no Okay, einmal kann ich noch. Link, 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 Link. Alter, ich bin hier gerade in Lebensgefahr. Nein. Okay, jetzt wird es gerade ungemütlich. Okay, wir können uns hier nur hinter diesem einen Riesenbaum retten. Ist das richtig? Alter, was nervt ihr mich denn jetzt hier? No. Nein, Mann. Ich brauche was zu essen. Nee, Erz ist nicht so gut für die Zähne. Alter, warum geht denn das nicht kaputt, das Ding? Puh. Puh. So, jetzt reicht's. Okay, let's go. Nein, das wollte ich nicht. Können wir bitte den zweiten Bomben nehmen? Yes. Wir brauchen was zu essen. Und wir brauchen eine Waffe. Wo will er denn hin? Hallo. Ach, jetzt bist du geschwächt, jetzt gehst du oder was? Wir können aber hier so nicht, äh, das geht nicht. Komm schon. So, vielleicht jetzt hier mit einer Bombe? Ich, ich kann sonst hier den, 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 den Turm da nicht hochklettern, ist das Problem. Oh, ich hab's. Meine Waffen sind aber auch viel zu schlecht. Leute. Wie, der da hinten jetzt auch noch? Das ist nicht dein Ernst. Der da hinten meldet sich jetzt auch noch zu Wort, oder was? Das ist ja nicht wahr. Äh. Wir müssen doch hier irgendwo noch... Irgendwo noch eine Waffe haben. Wir nehmen die hier und die Eisfeile dazu. Ähm. Entschuldigung. Ich, ich kann jetzt hier grad nicht locker lassen. So, das geht jetzt grad nicht mehr. Komm schon. Das gibt's ja gar nicht. Komm. Ich muss den Turm da hoch. Ich kann das nicht anders. So, komm. Wie viel denn noch? Wie viel hat der noch? Ich hab noch gar nichts abgezogen. Okay. Ich glaub, ich bin für diesen Kampf einfach noch nicht vorbereitet. Meine Waffen sind hierfür zu schlecht. Und da ist noch einer. Ich... Krieg gleich das Brechen. Wo krieg ich denn jetzt... Nein. Wo krieg ich denn jetzt bitte vernünftige Waffen her? Sag mir das mal. Ich bin jetzt hier in diesen Ruin gefangen. Na, das freut mich. Boah, kein... Kein... Kein einzigen Fall mehr nicht. Ich bin komplett leer gebrannt. Wir müssen es so probieren. Oh. Da, 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 da. What? Ne. Nein. Nein. No, no, no. Puh, okay. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Ich... Ich muss hier... Ich muss hier irgendwie weg. Oh... Ihr wollt mich verarschen. Ich komm hier nicht mehr weg. Ich muss hier...